Studien zeigen, dass die Erinnerungen an diese Zeit oft nostalgisch verklärt werden. Die Verbindung zur eigenen Jugend ist für viele von uns von großer emotionaler Bedeutung, was es nicht verwunderlich macht, dass Rückblicke auf diese Lebensphase häufig im Vordergrund stehen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Nostalgie eine komplizierte Emotion ist, die sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalten kann. So bezeichneten Forscher Nostalgie als eine Art emotionales Reservoir, das Menschen hilft, schwierige Zeiten zu überstehen. Diese Rückblicke auf die eigene Jugend können psychologisch gesehen heilend wirken und einen gewissen Trost spenden. Es wurde herausgefunden, dass die Auseinandersetzung mit Erinnerungen an die Jugend die Lebenszufriedenheit erhöhen kann, da sie dabei hilft, Identität und Lebenssinn zu reflektieren. Eine Umfrage, die unter Erwachsenen aus verschiedenen Altersgruppen durchgeführt wurde, ergab, dass mehr als 70 Prozent der Befragten oft an ihre Jugend zurückdenken. Fasziniert berichteten viele von den unvergesslichen Erlebnissen, die sie während dieser Zeit gesammelt haben und verwiesen auf die Unbeschwertheit und die Abenteuerlust, die sie damals spürten. In den Gesprächen betonten zahlreiche Teilnehmer, wie wichtig Freundschaften aus der Jugendzeit für ihre persönliche Entwicklung waren. Sie erinnerten sich an die tiefen Bindungen und die gegenseitige Unterstützung, die sie miteinander teilten. Einige Menschen versuchen aktiv, die Energien ihrer Jugend neu zu entfachen. Dies geschieht häufig durch Hobbys, die in der Kindheit oder Jugend entwickelt wurden. Sei es Sport, Musik oder Kunst, viele versuchen, frühere Leidenschaften wieder aufleben zu lassen. In einem solchen Gespräch erklärte eine der Befragten, dass sie sich in ihrer Freizeit wieder mehr mit Malerei beschäftigt hatte, was ihr half, sich mit der Kreativität zu verbinden, die sie in ihrer Jugend geprägt hatte. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die davor warnen, sich zu sehr in der Vergangenheit zu verlieren. Psychologen weisen darauf hin, dass eine zu starke Fixierung auf vergangene Zeiten dazu führen kann, dass man die Gegenwart vernachlässigt und zukünftige Chancen nicht erkennt. In diesen Diskussionen wird oft betont, dass es wichtig ist, eine Balance zu finden zwischen der Wertschätzung der Vergangenheit und dem Leben im Hier und jetzt. Abschließend lässt sich sagen, dass die Rückkehr in die Jugendzeit viele Facetten hat.